...Sieger und Company, into Ranks, fall in! Was? Das ist eigentlich keine Fahne. Das sollte man auch schreiben in Steam Chat. Das hat James in noch gesagt. Hat er mich nicht, aber ist okay. Ihr habt hier einen Fehler gemacht im Destiny, denn erst auf das in wird aufgerückt und sich neben mich gestellt. Das heißt, ihr drückt die Linie jetzt gleich, nachdem ihr geladen seid, noch mal ein neues Aufwand. Corda, prendi da Bandiera. James! Und das ist der Affe. Alle Lippen da drüben. Einmal da hinten? Der Bugle Call muss nicht zweimal erfolgen. Doch! Nein. Ich hab nicht zweimal den Befehl gegeben. Ist mir egal. Nein, halt! Ich zieh das jetzt durch. Ich zieh dich gleich durch den Fluss dahin. Ich zieh dich gleich durch den Fluss dahin. Alle Hilden, mir steht's langsam bis hier oben, ey. Ganz ehrlich. Huch, hier steht der Fass. Was ist mit James los? Warum will ich sie dir den mal gerettet? Ich glaub, James ist heute ein bisschen angepisst. So weit ist hier. Ich lobe ihn halt. Hör ich! Was hab ich denn gemacht? Wo kommst du dran? Nee, ich kann gerade nirgends mehr hin. Nach vorne hin. James ist ein bisschen entspannter. James ist ein bisschen entspannter. James ist ein bisschen entspannter. Wir sind im Parade. Rest. Wir dürfen nicht reden. Dragon! James! Und in place! In place! Rest! James muss sich mal ein bisschen entspannen. Und jemand entspannungstee und... Hey, Bart! Ich will nicht mal ein bisschen entspannen. Ich will nicht in place rest. Ich bin in place rest. Ich will in place rest. Ich will in place rest. Ich will in place rest. Hanf, Tee und... Ja, Hanf, Tee und... ... und... Wir müssen das jetzt dort nicht weiter ausdiskutieren. Wir können einfach akzeptieren. Aber wir sind im rest rest und deswegen können wir reden. Also, okay. Das ist vollkommen nett. Also, halt, das ist nicht, dass Leute drissen, so nervös. Auf der Berndung ist es noch eh die Hälfte der Leute nachher, oder? Äh, ja, das könnte besser sein. Also, ich ess gerade einen leckeren Vanillegries. Und das isst du alleine? Mit Nutri... Na, das ist so... Nichts. Also, jetzt kann ich mir raken, oder? Also... Ich glaub, wir haben von mir ein Spion bei uns und das ist auch... Was? Ja? Ja. Vorher Zornespiele. Oh, ich fühl mich schlecht. Ähm, ja... Ist euch schon mal aufgefallen, dass die... Schwarz-Tier trinken? Gell... Mit Hand durch Kerzen? Nein, aber Schwarz-Tier. Kann man sowas trinken? Das schmeckt doch rein. Äh, das war schweig. Achso, nee. Das war Kaffee-Schwarz-Tier. Ja, ich wollte auch meinen, Alter. Na, Kaffee-Schwarz-Tier. Komm rein, ne? Das... Also, das... Du meinst Kaffee-Hack? Irgendwie sowas... Kaffee-Hack! Kaffee-Hack! Ein Private-Beber. Ich würd dir jetzt gerne... Gerne den Witz... Äh, raushauen. Das ist ne riesige gute Idee. Gut, dann lass es. Der hat... Der ist eigentlich ganz gut, aber... Ein Neues. Aus... Ebert... Ebert quattrofonieren! Nein! Ebert quattrofonieren! Ein Euro... Wenn du den Witz heute nicht erzählst... Quattrofonieren! QUATTROPONIER! Und die nächste Zeit. Wirklich, wenn du... Ich bin scheitere ein kleines Held! Unser Opas, alten Senioren... Und sonst würd ich... Sonst würd ich jetzt doch noch zur Flasche Whisky greifen, dann eskaliert... Ich geh da auf die nächste Woche Freitag. Ja, komm mit... Oder und ich bin... Wenn du heute nix mehr trinkst, richte schon mal ein Paypal-Konto ein. Genau. Hey, diesmal ist ja einer von achten bei uns. Die haben auch einen Spiel, wenn ich glaube. Ey, es ist sogar zwei. So zwei, hallo! Seid lieb zu denen. Kann es sein, dass sich die Leute bei den Konfigurierten nach Zähmen nicht anfassen? Wir kennen doch die Achte. Äh, ich auch. Achten sind immer höflich. Oder? Arms! Wir nehmen die linke Flanke. Denkt dran, das Haus des Meinswissens ist ein paar noch tabu. Ähm, ja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Was vielleicht für euch noch wichtig ist. Ähm, spawn.fahne ist die 39. New York. Diese befindet sich im Zentrum, sprich ihr müsst nach links. Dann wieder aufrücken, um uns zu finden. Fangen. Amen. Äh, wenn wir aufrücken wollen, müssen wir dann warten, bis wir drei Leute an Art 930 sind. Ja, und sehen zu, dass ihr eine kleine Gruppe seid. Schöne. 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 Ups. Right face. Right. Free pet. Was eigentlich, dieser Balance ist bei euch auch so schlecht. Good luck, gentlemen. Captain forward. March. Wird auf die andere Flüssigkeit. Wird auf die andere Flüssigkeit. Wird schon das schön. Weil die anderen Seiten Weber vor mir haben. Eins. Über. Band frei. BAN. 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 Schöne! Schöne! In To Line! Falsch! Schöne! 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 Kommen schon armen. Das kommt der Hinten her. Ja, es kam an Armen! Okay. Rauch! Ein bisschen den Baum rumlaufen kann. Wir müssen zum Boschen voraus. Bride! 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 Wir faked was auch jetzt nicht mehr. Was ist das? Nix. Sehst du nicht auch. Left face! Back ready! Ready! Take aim! North to East! Aim! AIM! Nord-Nord-Ost! Fahr! AIM! AIM! Das ist doch nicht so schlimm! Hier! Dead! Schroeder arms! Red face! Schroeder! Forward! Links. Reden. Forward! March! Out! Move! Left face! Left face! Left face! Left face! Uff! Rest of wings! Red wrist! Leichte Verluste! Make ready! Ready! AIM! 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 Seht ihr nicht kling in der Batrolle! Fahr! AIM! WELOW! WELOW! Wir haben es heim! Feuert! Nach Nord! Was ist denn? Feuert! Feuert! Dragon James! Das werden wir sehen! AIM! 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 Through my woes! B AIM! AIM! Wir sind direkt gefördert. Nein. Wir sind zum dritten Leider gewesen. Wir sind gefeiert nach der Beförderung. Ja. Mager, ich wusste gar nicht, dass ihr Bruder auch in der Armee ist. Check in. I.S. Kahn. Rise up. Fahr. Ich hab Flüssigkeit. Ich bin nicht zufrieden. Schieß einfach weiter raus, wie das befohlen wird. Immer da, wo wir von uns schießen. Nord zu Nord aus. Ich bin nicht zufrieden. Moment, ich bin nicht zufrieden. So. Verstärkung kommt. Ihr wisst, wo ungefähr die Straße ist? Schießt da ungefähr in der Straße. Schießt da. Wir sind nicht zufrieden. Alles gut. Ihr kommt nicht zum Hintergrund. Rise up. Rise up. Rise up. fahr ich sehe da nix ich auch nicht die sache ist in der first phase und deswegen muss ich vorderlich stehen die stehen relativ oben am hügel rechts vom haus sehe ich direkt gerade aus ein bisschen gedeckt durch die ja durch so einen strauch leider aber eher zum haus hin oder ein bisschen links vom haus obere reihe straßen alles klar wir können ja mal kurz warten vielleicht verzieht sich darauf ein bisschen achtet darauf von wo der schneiden kommt ouch von da habt ihr es gesehen von wo es kommt ja mein vordermann ist gestorben je komo beber ja dreißigste ist scheinbar hinter der mühle ja ich sehe den marker beim aufstehen und zielen auch einfach ein weiteres machen so jetzt achtet darauf von wo die warte kommt ich glaube die chargen rein die chargen rein ne der geht mir nicht zurück ne die sind stationär gerade bei mir also die neuen dreißigste sind wir verschwunden ich sehe die offiziermarker und nicht nue kommt Ok wir gehen gleich weiter vor Schrauben 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 Weitfalls Wir können davon ausgehen, dass die noch ein Rest tot ist Weitkarte, Nitolein Nitolein Schrauben Kaut Kaut Kommt Mit Doublequick in die Linie und Hinterteil Make ready! Scouts Ist da vorne irgendwas zu sehen? Wir sind äh Glaub ich gerade nicht die Mühle überrannt Will selbst mal scouten Die sind rechts oben Es steht eine Einheit an der Mauer oben Rechts von der Mühle Hat jetzt geschossen Er hat nicht geschossen Ich hab geschossen Die Einheit Die komplette Linie hat geschossen Danke Ok Rechts von der Mühle oben Fahr Reload Schrauben 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 Ja Schrauben Unter und unter. Unter und unter. Stehen um rechts. Take aim! AIM! Oh! Unten! Frontal! Close! Links! Fahr! Reload! Was meinen Sie mit dem Frontal zu? Links und raus! Links und raus! Strache! Links oder links? Alles klar! A little bit links! A little bit links! Eeeh! Ich freu! Ich freu! Ich freu! Rechts! Rechts! Kante der Mühle! Oben auf diesem Vorsprung! Oh! Ich seh was! Horns! Loaded! Ich freu! Ich freu! Da sind's dürfen! Hey! Hey! Reload! 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 Ach Moment! Die sind ja first klar war rein! Nein! Schulder! 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 Weg mit denen! Stimmt! Letz sind sie kurz! Ah! 1 ist es kürmisch. 약 5! 1 ist wahrrement föreich! 1 istr! 2 istr! 1 istr! anyone was gut ist? 1 istr! 1 istr! 0兩 istr! 1 istr! 1 istr! 1 istr! ganz leichtes right wheel leicht haus take aim links von der bühne links von der bühne oben fahr reload das läuft das schön braise jetzt muss ich braise jetzt muss ich braise Stefan wenn du bestimmt in der Hand kommst dann hab ich ne besseres Schutzschirm vor mir ähm nein aber wieso die ziehen ja nach oben deswegen kannst du gut anfangen take aim take aim wir sind die Reise fahr ich kann doch nicht schießen jetzt bist zu nah dran ja toll au wir haben heute echt gewollt jetzt sind sie wieder ne ich kann ja wieder checken haus sie kommen runter take aim aim fahr brüder mitfahren mitfahren ja jungs wir sind nicht gewässer sonst die united states meine brüder warte warte so viele geschwittert ich jetzt auch nicht alle kommen ruhig alle schluss take aim ok gut jetzt hab ich dir mal platz gemacht neakowski fahr er muss ja ich komme noch tot an ihr denkt ans spiegel schießen nach links nach rechts ja ich glaube auch unglaublich kawumm direkt geradeaus jetzt sieht die ganzen schatten an hey hey fahr fahr virginia steht immer noch mal jungs fahr 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 aua lieber tot ja klang nicht mehr fahr ich weiß ob es nicht existiert komm und du hast nicht mehr ncio also als charakter loaded komm und du stehst hey feier extra den platz neben mir freigehalten rein geht in der linie welche linie verbündete laufen ich bin nicht mehr die 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 Der Fakini ist... Der Fakini ist... Red Westen, die... Der Game! Hey! Wir brauchen den Ziergang! Wir brauchen den Fakini! Wir brauchen den Fakini! Nein, veranstalter Stellung! Fakini, kurz mit Kaboom scouten gehen! Ja! 2 Scots! Frontbank, Dress Right! Der Fakini! Der Fakini! Du musst nicht angesagt werden! Keine Linie voraus! Nord zu Nord-Osten! Die dürfen nicht zielen! Die dürfen auch nicht schießen, Mann! Au! Das haben wir aber alles gelernt! Eigentlich schon! Verstärkung ist da! Die ganze Einheit hinter dem Haus! Jack? Ja, ich leb noch! Da hinten rennt ein Scout! Dragon ist auch gerade schockiert! Wir haben einen Messenger! An der rechten Seite! Kommt vor, wer lautet! Oh! Nevermind! Messenger Weber kommt, ja! Messenger Weber! Da vorne sind Scouts, ja? Die! Unsere! Oh, da kommen sie wieder, oder? Ja, das sieht danach aus! Ne, warte, sie bewegen sich! Die Fakini! Die zwei voraus! Über der Mühle hinter dem Boot, oder? Ja, hinter dem Boot und links davon! Wir sind... Der Boot hinter der Mühle! Mehrere Einer! Wir müssen den ganz schön weggeben, weil wir hätten sich nicht zufrieden sollen! Gabum, nicht schießen als Scout! Lag da viel rum eigentlich? Ja, ich weiß noch mal! Der lag schon ein paar rum, ja! Der eine, der war sich nicht sicher, was er machen soll, der hat uns auch nicht guckt, uns in den abgehauen! Würde ich ja gerne vorrücken eigentlich! Äh... Vorschlag! Ich hab Englisch und Deutsche Stimmen gehört, also es könnte eine Menge... Und! Zwei Games! Gäste! 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 James, und ich schießen! Okay! Der eine steht noch an der Haustür! Dann noch ein Dritter! Der zweite... Na, die gucken zu! Der erste steht immer noch an der Haustür! Der erste steht immer noch an der Haustür! Das haben wir uns verpassen müssen! Die wollen unsere Shots bringen! Das war fast! Dann ab! Dann neben! Wenn, dann schießen doch Dragon! James, dann schießen die Scouts! Darf ich jetzt auch mal? Nein! Nein! Schau ich Hände, fülle die mir aus! Und jetzt? Guck mal, mach nicht! Gucken zum Teil! Ach, schau, dass wir ein Haus nicht benutzen darf! Die rillfacken Jungen sind nicht! Aber wie schön das ist! Die wissen nicht, was wir machen sollen! Hier steht ne große Linie! Wir haben Angst! Wir nehmen! So sieht's aus! Wir haben weiterhin Scouts! Oh! Schüsse! Dragon! Rechts oben aus... Okay, hast du schon gesehen! Hold your fire! Hold your fire! Hold your fire! Sieh! Auch wenn ihr von der Acht! Ich glaub, da ist ein Scouts! Ja, der steht genau an der Häuser-Kante! Ener! James, du bist zu weit vorne gerade! Die Kubler sind in der Linie! Bitte beachten die Befehle! James, der steht immer noch! Scheiße! Siehst, ich bin keine Gefahr! Wir brauchen die ganze Feuerkraft und nicht nur die Hälte davon! Ich hab mir den! Achtung! Sie kommen auf! Sie kommen auf! Take aim! Hey! Die von Martin! 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 Sie formieren sich! Sie formieren sich! Ja! Hopp! Spann! Huss! 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 Bann! 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 Alles gut! Ja ja! Alles gut! Loser! 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 Wir stehen immer noch. Übrigens, Blacky, weil... Ich kann ja auch eine Auslegung sagen, wegen dem letzten Mal, warum ich mich geantwortet habe, auf deine Sachen, weil ich war eine Woche lang, nur auf dem Haus, und ich habe nicht einmal geschlafen, weil ich ein Projekt am PC fertig machen musste für die Schule. Auf geht's! Kommt! Wir müssen an die Front! Und... Aber... ... 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